Musik 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 Ja Hi Hi Oh, die ganze Saison ist verplant Nächstes Wochenende bin ich Ja Hi Ja, jedes Wochenende, die ganze Saison ist verplant Und ich habe geplant die Kreismeisterschaft mitzureiten Vereinsmeisterschaft, Stadtmeisterschaft Kreischmeisterschaft 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 Oh 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 Okay, nochmal Musik 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 Ich musste mich grad so zu schreien Das hat gelassen Musik Musik Okay nochmal Schöne Grüße von uns beiden, Anna, wenn du das siehst, fängst du bestimmt an zu lachen. Ciao. Oh, guck mal, wie schön er heute aussieht, alles aus der Schoko-Schee-Pink-Kollektion von 2009. Ich habe jetzt wirklich alles aus der Kollektion. Ich habe das Halfter, das Streck, die Abspitzdecke, dann die passenden Gamaschen und die Streichgaben. Oh, guck mal, wie toll er heute aussieht. Ich habe jetzt wirklich alles aus der Schoko-Schee-Pink-Kollektion von 2009. Den Streck, das... Ich habe das auf jeden Fall drauf. Sag, du brauchst alles kaputt. Das Pferd guckt von depressiv zur Wand. Jetzt. Einfach ran und dann kommt da wieder so ein richtig beschissenes Video, wie beim letzten Mal raus. Das Pferd, aber das vierte Pferd. Aber es ist trotzdem lustig. Wo ist das Pferd? Da. Das sechste ist ohne Pferd. Also müssen wir noch... Komm, wir kuscheln, wir kuscheln. Komm zu mir. Okay. Dann halt nicht. Okay. Okay. Boah, aber ist ja so wichtig. Es stärkt das Vertronnen. Das ist der Takt. Ja, danke. Das ist mein richtig schöner Sock. Okay. Prüma. Ähm. Okay. Luca, Luca, laus die Klockensicht verfahren. Komm, schnell. Ich komm. Wait, wait. Äh, nee. Ich sperre dich einfach rein. Nein! Nein! Aua, aua, aua. Aua. Oh Gott. Was soll ich erzählen? Oh nein, ich muss den Akku aufladen. Aber ich wollte doch rein. Oh Gott. Oh Gott. So. Jockey. Okay. Also mein Pferd läuft im Moment so gut. Das freut mich richtig. Ich bin so glücklich hier im Moment. Ja, ah, ah. Aua. Wenn du weinst, muss ich auch weinen. Und wir wollen, dass wir weinen. Also jetzt weinen doch endlich. Ich höre du auf die Lachen. Ich mag das nicht, wenn alte Leute weinen. Das tut mir richtig leid. Ich kann denen doch hier nicht helfen. Die würde dir gar nicht mehr so in den Arm nehmen. Die Arme. Aber ich muss jetzt was sagen. Was soll ich sagen? Keiner mag mich. Oh nein, Gott. Wirst du weinen? Das war so witzig, ne? Das war so. Okay, das war so. Das war so. Das war so. Vielen Dank.